Yo, hao Leute und willkommen zu Hitman Absolution. Ja, wir müssen jetzt gerade Lenny's Gang eliminieren. Okay, ja wir müssen Lenny's Gang eliminieren. Und ich bleibe jetzt erstmal auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Einfach, damit ich mich selber ein bisschen mehr bemühen muss zu schleichen. Notfalls, wenn ich mal irgendwann zu lange brauchen sollte, kann ich ja wieder umstellen. Das geht ja jederzeit. Aber... Ich will doch recht gerne bei dem Schwierigkeitsgrad hier bleiben. So. Und was können wir hier machen? Da ist ein Stromkabel. Oh, ja. Gut, da sind wir schon aufgeflogen. Okay. Da sind wir schon aufgeflogen. Aber wir machen uns da nichts raus, nämlich wir... ...benutzen einfach den Instinkt. Weil es gerade notwendig war. So, jetzt müssen wir uns ganz schnell beeilen. Oh Gott, fuck. Gut. Tut mir leid, man. So. Oh Gott. Hilfe. Ey, das ist doch... Wer ist da? Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch einfach nur ein Witz. So. Jetzt haben wir es aber. Dankeschön. Ich habe keine Lust, es dir tausendmal zu sagen. Gut. Jeder Moment... Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Wann? Das ist doch ein Witz. Oh, scheiße. So, hier. Fang die Flasche. Was? Menschenskinners. So. Hey, was ist los? Stimmt etwas nicht? Dann fangen wir mal mit den Aufräumarbeiten an. Alter. Das ist doch... Ist doch einfach alles ein Scherz hier, oder? So. Einen haben wir weg. Gott. Das ist doch... Ach, meine Güte. Hä? Neue Klamotten? Ich habe mich nie umgezogen. Ich habe mich nie umgezogen, Leute. Nie. Oh Gott. So. Boxen wir dich einfach um. Oh, falsche Taste. Ich schaffe es nicht mal, zwei Tasten zu drücken. So. Alter, jetzt aber. So, Dankeschön. Jetzt seid ihr aber bitte leise, oder? Oh, meine Güte. So viel gibt es aufzuräumen. Es gibt so viel aufzuräumen hier. Mist, Mist, Mist. Naja, immerhin hat es uns da drin niemand entdeckt. Hoffe ich. Jaja, ein bisschen... Gab ein bisschen Kollateralschaden hier. War auf alle Fälle... Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Nein, nein. Ey. Was geht ihr da draußen? Ich will über jede Kleinigkeit informiert werden. Oh. So. Welcher Typ meint hier... Ich bin einfach nur so rum. Pam. So. Wir gehen jetzt einfach weiter, würde ich sagen. Oder? Ah, nee. Wir räumen das jetzt auf. So. Wir sind... ...echte Auftragsmörder, die... ...wirklich auch alles wegräumen. Denn wir sind echt coole Leute. Oh Gott, da kommt schon wieder... Das ist doch ein Witz. Wom kommen denn jetzt hier alle hin? So. Ähm. Ja, was haben wir für Waffen? Die Shotgun hätten wir. Oder das C4. Oder sie gehen einfach weg. Das geht natürlich auch. So. Habt ihr es jetzt? Oh. Oh. Oh, Mann. Das macht mich gerade schon ziemlich traurig, muss ich sagen. So. Ja, 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 ja. Leiche gefunden. So. Weißt du, was wir jetzt einfach mit dir machen werden? So. Das. Dann töten wir dich hier unten jetzt auch noch. Wenn du mal ein bisschen weiter aus der Tür rausgehen würdest. Oder auch nicht. Machen wir es halt so. Mensch, 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 Mensch. Ja, gut. Das ist nichts in der Sache. Mal. So. Peng, peng. Oh, hoppla. Peng, peng. Jo, jo. Ey. Nee. Nee. Ich will einfach... Nee, so will ich das gar nicht machen. Nee, Level neu starten. Äh, Kontrollpunkt neu starten. Ist ja genau das gleiche eigentlich hier in dem Fall. Wir sind immer noch beim ersten Kontrollpunkt. So. Jetzt, jetzt schaffen wir das. Jetzt gehen wir es einfach mal anders an. So. Also. Schauen wir uns erst mal hier um. Da kommen wir auf alle Fälle nicht vorbei. Der einzige Weg ist also wirklich... Hier. Moment. Mist, 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 Mist. So. Jetzt, jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir das aber. Also. Hammer. Und runter. Kurz aufpassen. Jo. Und jetzt können wir den Hammer dann... hoffentlich... hier irgendwo hinschmeißen. So. Oh Gott. Hä? Wo kommt der jetzt her? Uh, ich bin gar nicht da, man. Alter. So. Jetzt können wir da rein. Gut. Ist ja schon mal... eine etwas bessere Situation als vorhin zumindest. Ähm. Kontrollpunkt gibt es hier leider nicht. Aber was wir machen können ist... Wir könnten unser Ziel von hier oben aus ausschalten, oder? Kommen wir da dran? Tja. Ich schätze, er hat wohl Schiss gekriegt. Ich will nur einen... Ich will nur eine Waffe haben. Ich will nicht beide. Na, egal. Ey, wo schießt ihr hin? Haben die mich entdeckt? Naja, ich hoffe mal nicht. So. Ja, du findest mich nicht, hoffentlich. Okay, ne, er hat mich gesehen. Nein, du siehst mich nicht. Okay, er sieht mich doch. Mist. Nein, jetzt, jetzt... Pepe, 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 pepe. Ach, jetzt schießen wir uns einfach hier durch. Ganz ehrlich. Das ist mir alles hier zu doof. So. Wobei, ne, ich glaub, das schaffen wir nicht mal. Okay, das ist nicht zum Explodieren da. Okay, wir sind tot. Was ist denn los mit mir in letzter Zeit? Warum bin ich so scheiße? Mensch. Also. Noch einmal. So, wir gehen jetzt... Wir laufen jetzt hier hin. Nehmen uns diesen Hammer. Gehen da... Runter. Und werfen den Hammer... Da in die Richtung. Das war ja durchaus nicht verkehrt. Ne? So, können wir den noch ein bisschen weiter ansonsten da in die Ecke schon mal... Obwohl, ne, das wäre auch blöd. Hä? Der eine, warum reagiert der daneben nicht? Hä? Warum reagiert der da... Okay. Wer macht hier den Komiker? Hallo, warum reagierst du nicht? Junge. Mann. Reagier. Hm. Ich würde ja gern schleichen. Aber irgendwie... Lassen diese Typen es nicht zu. Habe ich irgendwas anderes zum rüberschmeißen? Ja gut, ich könnte da C4... Ja gut, versuchen wir es mal. Ja. Gut, es geht nicht. Ich komme an diesem Typen nicht vorbei, wo ich eigentlich vorbei müsste. Was ich natürlich jetzt machen könnte, ich könnte jetzt sprengen und dann versuchen rüber zu laufen. Und mich dann hinten in der Kiste verstecken. Ich glaube... Oder wir gehen nach... So, dass wir hier reinlaufen und uns da in der Kiste verstecken. Dann... Warten wir kurz... Bis sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Und schauen... Dann... Dass wir den einen Typen da hinten umbringen. Setzen wir zumindest schon mal an den Wachen vorbei. Ja, intelligente Wachen gibt es hier, du. Ganz schön intelligent, du. Die hat einfach die Waffe schon in unserem Gesicht drinnen. Alter, ist das bescheuert. So, jetzt müsst ihr nur noch hier weggehen. Das wäre nett. Wenn sich meine Leibgarde hier... Ja, aus dem Weg gehen würde. Wenn die aus dem Weg gehen würde, dann wäre alles cool. So, ansonsten... Ach Gott, es sind hier viele. WTF? Ähm... Ja gut, wir kommen gerade nicht raus, ne? Ist so das Thema. Boah, warum sind denn jetzt hier so... Oho... Warum sind jetzt hier so viele Leute überhaupt? Oho... Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wie wir jetzt weitergehen sollen. Hier stehen halt die ganze Zeit Leute. Da gibt es nichts zu rütteln. Obwohl... Wenn der Typ jetzt hinten weg ist... Dann... Könnten... Wir... Warte, komm her. Hey, warum? Wie können die mich da sehen? Nein, wir machen jetzt irgendwas kaputt. Nehmen das Rohr. Och Gott, was ist denn hier los? Was ist das für eine Map? Ich verstehe sie nicht. Kommt euch hinterher raus und sagt Überraschung... Ach Gott, jetzt... Nee. So, wo habe ich eine Waffe? Pistole, yo. Meine Güte, jetzt hasse ich euch alle. Jetzt hasse ich euch alle. Wobei wir, glaube ich, mit Cheesden nicht weit kommen werden. Nee. Irgendwie nicht so. Oh, ho, 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 ho. So, wir brauchen einfach eine Verkleidung, würde ich mal sagen, ne? Also. Oh, hier geht es auch noch lang, oder? Kommen wir da hin? Nö. Doch. Ah, na ja, okay. So geht's natürlich... Warte mal, können wir den einfach wegziehen? Hey, du! Komm mal kurz her. Siehst du die Flasche? Was steht da drauf? Würzige Soße? Genau. Und soweit ich weiß, habe ich scharfe Soße bekommen. Was? Der Räuch gefällt mir gar nicht. Tschüss! Mann, das ist doch bescheuert hier, diese Map. Also, noch einmal. So. Wir nehmen jetzt diesen Hammer. Den hier runter. Wenn wir es denn schaffen. Ohne uns an die Wand zu lehnen. So, jetzt sind wir hier unten. Dann schmeißen wir dieses Rohr hier hin. Hä? Ach, der da oben ist. Hä? Wer entdeckt... Moment mal, wer entdeckt mich da immer bitte? Wer entdeckt mich? Da ist keiner. Nochmal. Also. So. 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 Also. Dann schmeißen wir das Ding... dahin. Nochmal. Alter, das ist doch eine richtig blöde Sache hier. Ganz ehrlich. Ich will mich hier nicht... Ich möchte mich doch gar nicht durchschießen. Das Spiel lässt mir keine andere Wahl. Also. Hammer. Dann. Nehmen wir den Hammer und kombinieren ihn mit der Wand. Und. Jo. Das kann nicht sein. Hey, Schluss mit dem Quatsch. Oder ich nehme sie fest. Okay, ich hätte nicht sprinten dürfen. Okay, das ist... Irgendwie logisch. So, dann machen wir jetzt hier diesen... Hä? Wie macht man den an? Wie aktiviere ich den Shit? Muss ich dafür irgendwas... krasses für machen? Hm. Na gut. Hm, 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 hm. Vielleicht brauchen wir dafür diesen Schraubenschlüssel. Und... Ne. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Schade, obwohl wir Mechaniker sind. Wir sind ein sehr schlechter... Alter. Dann gehen wir jetzt hier nach oben. Und können aber im... Hey, mich wundert, dass man mit diesem komischen Kasten da nichts anfangen kann. Finde ich jetzt aber... Verrückt, du. Oh Gott. So. Dankeschön. Spiel, danke. Du bist ein gutes Spiel. Dann können wir jetzt in das Fenster rein. Und sind erstmal hier sicher. Menschenskinders. Dann. Oh Gott. Hilf, ich bin grad so glücklich, dass ich's endlich geschafft habe. Puh. Jetzt soll ich nur nicht entdeckt werden. So, dann. Jo. Bewegst du dich da hinten auch mal weg? Ja, okay. Da bewegt er sich weg. Das ist sehr schön. Ja, okay. Jetzt müssen wir halt warten. In der Zeit könnten wir nur gucken. Da oben ist einer auf unserer Etage. Komplett. Das ist ja jetzt nicht so das Riesenproblem. Damit würden wir klarkommen. Können wir den mit der Axt von da oben aus... Oh ja. Ja. Jo, treffe ich dich irgendwie? Oh, Mist. Geht nicht. Schade. Das wäre cool, wenn es gehen würde. Fände ich da von oben aus. Na gut. Egal. Versuchen wir. Es wird der Axt. Jo. Okay, das war schon. Da muss man sagen, ist ein cooles Attentat, oder? War ein cooles Attentat, so. Dann nehmen wir mal die Tabletten hier mit. Kommt der Typ hier rein? Nö. Naja, das sollte ja dann nicht zu unserem Nachteil sein, sagen wir so. Nehmen hier den Hammer mit, weil wir unsere Axt ja leider weggeworfen haben. Okay, noch können wir uns nicht zurücklehnen. Irgendetwas stinkt hier. Also bleib weiter konzentriert. Und nimm dich mit. Hihi. Nup, nup. So. Dann packen wir dich in den Kleiderschrank. Der wie immer schön leer ist. Ach Gott, so einen schönen aufgeräumten Schrank hätte ich auch gern. Obwohl, da ist hier sogar diesmal was drin. Alter. Der ist ja fast vollgestopft, du. Äh. Ja gut, nehmen wir mal die Wachmannverkleidung für den Notfall mit. Falls uns hier irgendjemand entdecken sollte. Dass wir halt nicht direkt enttarnt werden. Und dann, gibt's hier nicht irgendwie ein Checkpoint oder sowas? Ne, ne? Ist auf alle Fälle nicht ganz so cool. Kommen wir da hinten schon hin? Ja. Da ist hier ein Polizist. Jo, jo. Hoffmal, er sieht uns nicht, während wir uns hier ganz heimlich verkleiden. Jo, ich bin jetzt... Friseur! Darf ich jetzt hier rumlaufen? Ja! Ja! Du musst nur einen echten Friseur finden, oder? Der müsste ja hier dann auch wohl noch rumlaufen. Na, den werden wir schon finden. So. Dann... Was können wir denn hier machen? So, jetzt machen wir mal das aus. Bin mal gespannt, was bringt denn das hier? Ah, ist das Licht jetzt aus? Nö. Aber der Fernseher ist aus. Okay. Schönling! Hey, hey, Finger weg von der Pizza! Ja, du bist gemein! Okay, an die Pizza darf ich auch nicht. Die können dann können wir denn die Schlaftabletten drauf anwenden. Sie sind mein Sön, du lebst dich nie mit deinem Friseur an, wenn dir was an deinem Hals liegt. Okay, lieber los! Und dich müssen wir umbringen. Du hast die alte Nonne umgebracht. Du hast die Nonne umgebracht. Oh. Hä? Ja, ja. Gehen wir halt zum Friseurladen. Jo, jo. Hey! Hey, was ist denn da? Dann schneiden wir dir mal die Haare. Wir sind echt gute Haareschneider. Humpelnder Larry. So. Es wäre cool, wenn du bitte hier rausgehen würdest. Wir möchten hier in Ruhe die Haare schneiden, ja? Ich kann so nicht arbeiten. Sie, Sie, Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie, Sie kennen Ihren Platz. Tja, ähm, das mag ich an Friseur. Okay. Okay. Ein cooler Wachmann. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Äh, 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 äh. Das, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Naja. Vielleicht, weil man vorher noch den anderen Typen umlegen sollte. Das könnte natürlich sein, aber... Hä? 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 Gut. Den letzten töten wir einfach. Mit. Einer Menge Love. So, hier. Yo. Hab ich ihn? Ich bin... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Wir haben Probleme, Jungs. Hey, 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 hey. Mann! Du bist es, oder? Danke. Dann... ...hauen wir jetzt einfach... ...gan sneaky ab, du! Yo, yo! Yo! Das... Jetzt sind wir genau an der Stelle, wo ich am Anfang nicht hinwollte, ne? Zu diesem Blutbad. Und wir haben leider keinen Checkpoint. Nein! Ich darf nicht sterben. Mann, warum gibt's hier eigentlich keinen Checkpoint? Okay, manchmal nicht. Ich glaube, ich mach doch wieder den anderen Schwierigkeiten gerade. Einfach wegen den Checkpoints. Die will ich nämlich gern behalten, du. Die will ich gern behalten. Nämlich so ist das echt... Not funny. Och, verste... Oh Gott. Fickt euch doch. Fickt euch doch alle. So. Das ist nicht witzig, Mann. Wir hatten ihn fast. Hier ist er nicht. Scheiße, hier ist er nicht. Oh, hier wird bald einer das Land der Schmerzen betreten. Oh nein. Nicht das Land der Schmerzen. Hilfe. Hilfe. Oh nee. Ich hasse euch. Allesamt. Ich hasse euch alle. Dich vor allem. Und... Dich. Dich. Ich hasse dich. Und dich. Und dich. Ich hasse euch alle. Und ich hasse diese Mission. Und dich. Und dich. So. Und dich besonders hier. Und dich. Oh nein, nein. Das ist doch doof. Mann. Oh nee. Ich mach diese blöde Mission jetzt einfach so. So. Jetzt hier. Bam. Ich versteh's nicht. Irgendwie krieg ich's immerhin vom Ende. Einfach vollkommen zu verkacken. So. Hey. 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 PENG, 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 SO, ALLE SAVE, DANN GEHTS WEITER, PENG, 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 Dann kriegst du hier nochmal C4, PENG, 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 P Oh Gott, nein, warum ist die Munition von dem Ding leer? Nein, nicht schon wieder. Nein, was ist das für eine... Oh Gott. Nein. Mann, ich hasse dich. Hier. Okay, das interessiert einfach keinen, wer der stirbt. Okay. Okay. So. Das tut mir jetzt aber alles leid. Schrotplinte ist leer, okay. Wir suchen jetzt einfach irgendeine Waffe, die... Die hat Munition, so. Die lädt nach. Und jetzt aber... Dipp, 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 dipp. Wir sind schon wieder fast tot. Das ist doch doof. Das ist doof. So, ab der nächsten Folge wechsle ich auf alle Fälle diese Schwierigkeit gerade wieder zurück. Hilfe. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin nicht für schwere Sachen gemacht. Alter. Okay. Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. So, jetzt kommt hinter mir einer. Ja. Oh. Mann. Egal. Ich mach das jetzt. Yo. So, ich benutze jetzt einfach diesen Auto-Ziel-Hack. Yo, yo. 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 So viel dazu, dass es OP ist. Nein, nein. Überhaupt nicht. WTF, wir wurden nicht entdeckt. Okay. So geht's natürlich auch. So kann man natürlich auch leise vorgehen. Yo. Dann nehmen wir uns jetzt einfach hier irgendeine Verkleidung, du hübsche. Hier, wir nehmen uns jetzt... Das nehmen wir uns. Die hier. Wollen wir keine andere nehmen können, leider. Dann laden wir einmal die Schrotflinte nach. Und sind der einzige nicht-korrupte Polizist hier in dieser Stadt. Wir sind Vorbilder. Für alle. Hier. Hä, wozu kann man das benutzen? Ach, Moment. Hätte man das in den Grill shitten können? Nee. Hm. Dann weiß ich nicht, wozu das gut ist. Egal. So. Dann. Hey, warum kocht ihr so heiß? Scheiße. So, dann gehen wir jetzt hier außen rum. Hä? Was? Den darf man nicht töten? Och, nee. Also, okay. Dann haben wir jetzt wirklich alles hier in diesem blöden... diesem blöden Level durch. Also. Yo. Ich schieße euch jetzt einfach alle tot. Und dann essen wir alle ein Brot. Und wir sind schon wieder fast tot. Ich wollte auch nur ein Brot. Alter, so. Wir bleiben jetzt einfach... in Deckung. Diese Mission mache ich jetzt auf schwierig fertig. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das dann bei euch machen soll. Ich glaube, ich... Ich spule das einfach dann vor und lasse es einfach in doppelter Geschwindigkeit oder sowas durchlaufen. Och. So. Meine Güte, ich treffe jetzt auch gar nichts mehr. Wo ist der Schütze? Verdammt, ich hasse diese Scharfschützen! Egal. Jetzt schmeißen wir einfach hier das C4 hin. Yo. Hä? Ihr habt mich doch gerade das erste Mal gesehen und ihr meint schon, ich wäre verkleidet? Okay. So. Gott, das wird so eine richtige Krebsfolge. Ich sag's euch. Das ist schon eine richtige Krebsfolge. Yo. Wir marschieren jetzt einfach hier durch die City. Yo. Och Gott, das ist ja sogar ganz cool. Guck mal, wie ich jetzt gerade isst... Der Lenny da hinten alleine im Raum, oder? Könnte das sein? Ich mach mal ein bisschen um. Alles klar. Over. Es ist sogar so. Yo. Dann haben wir dich schon mal und... Töten jetzt einfach den da oben. Oder da draußen, oder wo auch immer der Typ ist. Mann! Ich glaub, Töten kriegen wir noch hin. So. Ähm, dafür machen wir das dann so... Moment, man könnte ja so die Sicht auch wechseln, genau. Einmal. Peng. Wow. Slow-mo. Hä? Okay. Nein! Och Gott, mein Ape ist grad so scheiße. Gott. So. Pow. Sag ich da nur. Pow, pow. Pow. Ich bin ein richtig guter Schleicher. Bin der beste Schleicher auf der Welt, yo. So. Du bist tot. Du bist... Nicht tot, okay. Kann ich auch leben. Und? Du bist tot. So. Oh Gott. Dieses Level. Okay. Das ist auf alle Fälle... Krass. Ah ne, du hast grad keine Waffe, oder? Aber du, ne. Och Gott. Ich bin schon fast tot. Ah ne. Oh ne, oh ne, oh ne. Nein! Och Gott. Ich muss noch einen Schuss abbekommen und ich bin tot. Fuck it. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen hier unten hin und den Mann, und zwar schnell. Mach ihn fertig. Sieht das aus, was du weißt. Können wir uns verkleiden? Oh ne. Ihr müsst schon irgendwie von mir denken, dass ich behindert bin, oder? Ey. Nee. Ich spiel hundertprozentig wieder und nur auf normal. Bist du in Ordnung? Hundertprozentig. So. Und euch alle hasse ich. Dich hasse ich. Dich hasse ich. So. Nein! Oh Gott, was tue ich da eigentlich gerade die ganze Zeit? Nein! Oh ne. Ey, das ist doch bescheuert. So. Dann. Jetzt aber. Peng. Alter, was ist denn los? Ich verstehe gerade gar nicht mal, wie die mich alle sehen können direkt. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Also. So. Versucht es jetzt noch einmal. Richtig. Okay. Einmal noch. So. Wir gehen jetzt hier lang. Ja. Gut. Dann. Jagen wir den Schitter in die Loh. Siehst du das? Oh, scheiße. Das war gewaltig. Ich töte die Typen. Oh, Typen. Oh, Mann. Pow, pow. Gehen jetzt weiter. Eis. Eis. Jo, kommt noch jemand? Hat er doch, oder? Nein? Okay. Das freut mich dann jetzt sogar. Nein, 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 nein. Ich bin nicht hier. Jo, jo. Dann kloppen wir dich kurz nieder. Töten dich. Töten dich. Töten dich. Töten dich. Töten dich. Töten dich, WTF. Eff. Nein. Oh, Gott. Nein. So. Oh. Nimm das mit. Und. Oh, leben. Leben. Ja. Töte dich. Okay. 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 So. Töten. Dich. Und jetzt verdrücken wir uns. So. Dann haben wir es. So. Oh. Jetzt können wir dich einfach mitnehmen. Jo. Und jetzt gehen wir. Dankeschön. Ich würde jetzt gern gehen. Nein. Feinde in höchster Alarmbereitschaft. Okay. Könnte haben. Nee, jetzt sind sie nicht mehr in höchster Alarmbereitschaft. Okay. So geht's natürlich auch. Und wir können gehen. Hurra. Ja. Mann. Was war das für eine bescheuerte Mission. Von. Also. An sich war die Mission bestimmt irgendwie anders gemacht. Also. Ich hab's einfach nicht hinbekommen. Ich bin einfach zu schlecht. Oh Gott. So. Ich muss überlegen. Jetzt wie ich das hochlade. Ich schreib das dann einfach. Ich schreib das dann einfach. Das werdet ihr noch mal eh sehen eigentlich. So. Dann verabschiede ich mich erstmal. Und sage Tschüss. Tschüss. Wie ist das?